Hi, willkommen zu einem Video. Oder was hast du sonst eingeschickt? Das ist endlich wieder ein Video und zwar ein Fragschnibi. Wir fangen an. Bist du ganz lustig? Wat? Hä? Magst du Kekse? Hm? Kekse? Ähm, nee. Finde ich voll eklig. Let's play doch mal Fortnite. Vielleicht bist du dann auch wieder relevant. Mann, genau deswegen spiele ich das nicht. Denn wegen dem ganzen Hype geht mir das Spiel so dermaßen auf den Sack, dass ich es hasse. Okay, jetzt nicht vielleicht hasse, aber ich mag es halt einfach nicht. Welches Spiel bockt dir am meisten? PUBG. Was kannst du ein Spiel? Was kannst du ein Spiel? Was kannst du ein Spiel machen? 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 Komm weg zu mich. Wann machst du wieder ein Livestream? Weil mein Internet mitspielt. Mach mal Videospiele nach. Ähm, okay. Super Mario. Warum warst du so lange inaktiv? Ähm, lass die Schuhe, 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 lass die Schuhe. Keine Ahnung. Was zockst du momentan so? PUBG. Was kannst du ein Spiel machen? Stopp, 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 stopp. Und noch andere. Ähm. Wie kam's zurück auf den Namen, Sebastian? Nööööö. Alter, was mit dir, hast du einen Sprachvieler? Nööööö. Äh, ja Wieder mal ein ziemlich komisches Video geworden Ich neide das bei mich gerade Und es ist mir aufgefallen Dass ich die Endcard vergessen habe Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Ein Abo da, schreibt Kommentare Ihr kennt das ja und wir sehen uns beim nächsten Video Deswegen, ciao